Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es noch ein kleines Ankündigungsvideo. Ja, oder auch ein kleines Video. Zum Zahnwerden der Vellys. Ja, und heute geht es in den großen Teil um Flummi, den blauen. Und zwar geht der mittlerweile freiwillig auf meine Hand. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Alles, was ich dazu brauche, ist meine Hand und ein Blatt Basilikum. Abgewaschen natürlich. Und da unten auf dem Boden hatten wir heute auch schon Birkenäste. Und jetzt machen wir mal hier das Türchen auf. In einer Wäscheklammer machen wir das feste, damit das nicht so... Ihr wisst ja schon, wie ist. Jetzt nehme ich hier einfach das Basilikum in meine Hand. Und jetzt... Na komm. Da habe ich noch schon. Den kleinen Racker. Ihr seht. Der geht immer wieder von alleine drauf, aber der Kleine beißt auch. Und... Ihr frisst immer erst und dann beißt er zu. So, auch nicht so schlimm. Nur der geht mittlerweile auf die Hand. Kuki und Koko noch nicht. Aber... Da nochmal... Für alle, die sich willensittliche anschaffen wollen oder haben. Und die sind nicht zahm. Habt Geduld. Nach Weile geht es dann. Nur ihr müsst halt immer wieder üben. Und ihr seht, ihr könnt das auch mit gesunden Sachen machen. Als immer nur mit Goldmiese. Im Winter kommt Koko. Koko frisst aber auch mittlerweile aus meiner Hand. Und... Ja. Sonst ist nichts mehr passiert. Und... Na gut. Eine Sache ist passiert. Und zwar... Hab ich gestern... ... noch... ... das... ähm... 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 Mustergrit gewechselt. Und das hab ich schon Smiley gemacht. Das sind alles Sachen aus meinem Haul. Und... So, ist alles weg. Nochmal. Komm hoch. Also... Geduld haben. Die kommen bestimmt auch bei euch. Irgendwann. So, es ist halt auch nur ein ganz kurzes Video. Weil ich dazu eigentlich nicht viel sagen kann. Halt nur... ... wenn eure Wellensittiche beißen oder andere Vögel mich wegziehen. Niemals wegziehen. Weil der Vogel sich dann wehtun kann. Weil ich halte ihn hier fast auf Höhe der obersten Stange. Und wenn er dann hier runterfällt... ... das wollt ihr eigentlich kein Wellensittich antun. ... ... ... ... ... ... Kamera. Kamera? Die kannst du nicht essen. Wo ist sie denn? Die kannst du nicht essen. Du kamerageiles Vögelchen. Kamera. Bist du kamerageil? Na gut. An dieser Stelle beende ich dann noch ein paar Videos. Es war nur ein schönes Ankündigungsvideo. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Videos zum Zähmen machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare oder zeigt es mir auch mit einem Daumen nach oben. Dann lasst mir den Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen und kommentiert. Tschüss.